ja herr willkommen mein name ist an die rolle p und ich begrüße euch zur let's play king der mark 2 final mix in der letzte folge haben wir zweimal 1000 herz so besiegt oder fast 2000 herz so sind 1994 hat man besiegt und ja das war ein spaß man kann es dann so ansehen ja wir sind ein bisschen fällig mein kopf ist gerade burscht und ja es kommt glaube ich ein paar katz ziehen so ungefähr zehn minuten also wird man von mir erst mal nicht viel an wo wart ihr zum teufel noch mal ganz ehrlich wo waren die die waren direkt hinter uns eben schwert gewesen wenn wir mit der helden wo erweisen form dadurch gebrettert werden neue meisterformen ja ja zeynort how long has it been since i abandoned that name out with it nobody where's kairi where's riku i know nothing of any kairi as for riku perhaps you should ask you king das springt rein weil wie man eben keinen sinn wenn man ein bisschen mehr von king nummer 2 und die sind alle weg oder was sieht donald claspier ruf hier claspier ruf hier claspier ruf hier claspier wenn wir jsh Das ist ein Setup von Organisation 13. Xemnas ist benutzt, um den Heartless zu zerstören. Das ist seine große Masterplan. XEMNAS? Der Typ, den du gerade gesehen hast. Er ist der Leiter. Hast du es memorisiert? X-E-M-N-A-S 9-6 Organisation 13 will, um den Heartless zu zerstören? Mann, du bist lang. Jeder Heartless-Lane, der Team ist ein kraftvolles Herz. Das ist das, was die Organisation nachher ist. Also, was haben die Leute mit deinen Händen zu tun? Ich habe nicht gesagt. Sag uns! Du! Du bist derjenige, der Kairi hat. Bingo. Der Name ist Axel. Du hast es memorisiert? Wo ist Kairi? Bitte, einfach sag mir! Schau, über Kairi... ich entschuldige. Axel! Uh oh! We will ensure he receives the maximum punishment. I don't care about any of that. Just let me into the Realm of Darkness, okay? Wenn es Kairi geht, dann geht es nicht. Wir nehmen sie sehr gut. Geh mich zu ihr. Ist sie so wichtig für dich? Ja, mehr als alles. Show mir, wie wichtig ist. Bitte. Also, du wirst sie wirklich interessiert. In diesem Fall. Die Antwort ist jetzt. Du schädigst! Bist du schädigst? Bist du mich liebst? Dann fange diese Rage und sie auf den Heartless. Bist du schädigst! 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 Bist du für mich? Bist du Schädigst! bidding du Schädigst! Bist du Schädigst! Bist du Schädigst! Ichuseum, damit du schiedigst! von dir? Fool. Oh, nein! While I keep these creatures at bay, you devise a way to vanquish them forever. Maleficent... Do not misunderstand me. I shall have my revenge on you yet. Maleficent! Leave, now! I don't take orders from you. But... what about... Noch mehr Tratsche-Wendungen. Ich glaube, so einen universalen Schnipser können. Wir schnips einmal, dann kommen die, dann kommen die. The heartless alive with whoever is the strongest. Yes, Sora. Extract more hearts. No! The hearts! Maybe everything we've done. Maybe it was all for nothing. What am I supposed to do, if I can't use the keyblade? Indeciles! You can't be trusted to do anything. Kann man den nicht einfach so erledigen? Niemann haben die doch auch einfach so erledigt. Mach doch gar nicht das Schüsselschwert, um die zu erledigen. In dem, was man bisher so weiß. Gleimanns im Bericht 1. Wer weiß, ob wir da je reingucken werden? Die Spiele sind eigentlich schon genug in der Grundwissen. Zora! Donald! Goofy! Relax. Those three aren't going down that easily. The keyblade's chosen one. He's a lucky kid. The keyblade's chosen one. See you soon. Was ist da jetzt passiert? Zora knows the truth now. The more heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. This new knowledge will make him that much harder to control. What does it matter, really? Whatever his circumstances, Zora has never been able to help himself from saving people from the heartless. It's what his pure little heart wants. There. The dice have been cast. Things are in motion. He can't stop this. Nothing is set in stone. If the dice aren't in your favor, it will share Demix's fate. The fun is in not knowing, isn't it? What is the point of betting on something if you already know the outcome? Are you sure that defeating him won't derail the organization's plan? If he is to die so easily, he is of no use to us. That's exactly what I wanted to hear. It's not in my nature to hold back. Do you have to die right now? Do you have to die right now? Wow. Do you have to die right now? Do you have to die right now? I guess sometimes help comes from unexpected places. Sure does. Okay. Jetzt erfahren wir, was passiert ist vor fünf Minuten. Maybe everything we've done. Maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles. You can't be trusted to do anything. Huh? Nein. Wir sind echt im rechten Dunkelheit jetzt. What's this place? It must be the Realm of Darkness. What's this place? It's very dark. Oh. It's very dark. Oh. Are you sure you want to open that? Gorge, es ist die Gang von Twilight Town. Es gibt Hayner, Hentz, Olette, und, äh, um... Roxas. You know Emma? Nein. Ein Name just popped into my head. This is Roxas. Are you sure you wanna eat... that? Shalty. No. Shalty. Die Logik von diesem Eis, ne? Olette hat auch einfach mal so aus der Tasche gezogen. Dann sind rumgeschmolzen in so einen Karton. Verstehe es nicht. Ich muss jetzt aufschließen. Ja, das kann man jetzt auch, wenn wir uns schleppen, ein Foto. Das Eis wird nie in unsere Taschen schmelzen. Ich sehe jetzt schon kommen. So, 15 Minuten haben wir schon. Ich weiß genau, was wir noch in diesem Part machen. Ich weiß nicht mehr, was wir noch in der Taschen schmelzen, was wir noch in der Taschen schmelzen, was wir noch in der Taschen schmelzen. ja auf gut wieder ahnung da ich mich noch recht erinnere dann nach wir können da gar nicht hin ich wollte eigentlich hier rein und den cup machen den wir noch nicht beendet haben aber nein gibt es hier noch irgendwas für mich von der karte nach ja da wissen dass ich mich jetzt aber nicht schon in die nächste welt gehen einfach so ein paar gummi chat mission machen wir haben alle an level erzeigen da gibt es noch irgendwas machen könnten ich überlege gerade können den fußbiller buch gehen aber da will ich nicht ein ich weiß auch nicht ob ich alle ja machen wir irgendwann noch mal der welt 2 ich möchte jetzt nicht ehrlich gesagt in irgendeine welt reingucken gucken ob er alles die count alles sammeln können weil das will ich erst mal wenn wir alle mobilität fähigkeiten haben sag ich mal was muss man ja noch mal machen gegner die angegebene anzahl an gegnern ja so was haben wir in die alles sind mit baum hat mehr waffen als das her eine malatia weiß ich mir was ich wollte eigentlich den cup machen den zweiten in der welt und der unterwelt hier aber ja da nicht da wir da nicht hin können können wir da nicht hin deswegen machen wir mal hier ein paar gummi jacks und die mama sowieso irgendwann mal also wir müssen mal gegner vernichten wenn wir erledigen ist so höher kriegen war zwischen rang und desto mehr belohnungen macht sinn also wir müssen so schnell wie wir die gegner erledigen weil schneller wer die erledigen bist du da kommen neue das jetzt könnt sogar vielleicht noch klappen mit dem ja nein ein haben verpasst nicht passieren weil schätze müssen wir kriegen ja ich weiß da diese dinge erzählen auch als gegner wir sollten wir die auch erledigen aber ich sage wir sollten erst mal alle schätze holen ja okay ich glaube medaillen level und so jetzt haben wir gar nichts von beiden ich glaube ich habe das reichen wird ich glaube ich habe das reichen wird da habe ich das war er klingt nicht alle schätze wir kriegen nicht alle gegner ja jetzt sowieso nicht das haben wir dann nicht das haben wir dann nicht das haben wir dann nicht die raketen hat sind auch gegner deswegen müssen wir die auch erledigen die lösen jetzt hat mich auch ein ich glaube da ist die leveler schon vorbei noch mal kein von beiden bekommen wir haben da bin ja ich war ich habe gerne die high wind alpha bekommen ja machen wir die nächste und auf missions level 3 freigeschaltet und da halten wir uns erstmal fern ich habe ich nicht mal andere und eins müssen wir auch noch mal machen aus ihrem grund wo das erste mal als wir durchgeflogen sind da war eigentlich level 1 soll eigentlich erst hier reingehen wenn ich alle gummi schätze und also was habe nach dem war den jahr der untertasse als kopf als kopf mit schiffen aus hallo danach kann man glaube ich abenden möchte ich noch mehr zeit verschwenden hier ist moment zeit verschwinden und wir machen mit all den dingen zu sagen das ist natürlich jetzt so wir müssen die raketen von dem ding erledigen da machen wir erstmal alle schätze da hinten haben wir noch erreicht ja ja schnipp den das ist doch etwas baumladen also meine schätze weil die abilities und so die sind alle wichtig vielleicht schießt auch raketen ab weg bist du der ist aber weggeflogen der peter um like Danke Lass es laden Klingenaufladung Schaden 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 nein das gibt es nicht winz will aber freigeschaltet die schiffe freischaden hallo koi koi ist dieses alien aus final fans 8 erreicht genug zeit verschwendet wie sagen ich bei dem hat hier und wenn euch das video gefallen hat dann hinterlasst auch irgendeine art von feedback ein like ein abo und so voll von den kriechern ist nur wenig und das wird mir sehr helfen und dann sehen wir uns erst mal von letzter king ma2 feinl weg sich bei uns schon sagt tschüss bis zur nächsten fall